Ein schnammtastiges Hallo liebe Freunde, danke fürs Einschreiben. Der nette Schleimmi von dem anwendet sich heute mal wieder mit sehr sehr interessanten Minecraft-News zurück. Diese haben heute ausnahmsweise mal nichts mit irgendeinem Update für das Hauptspiel zu tun, sondern mit einem brandneuen Spiel, das scheinbar schon seit längerer Zeit in Entwicklung ist. Es wird also ein weiterer Minecraft-Titel folgen, der die Spin-Off-Reihe erweitern wird. Nur dieses Mal geht das Genre wirklich in eine völlig neue Richtung, muss ich sagen. Ich mag auch gar nicht groß rumquatschen Leute, denkt wie immer noch dran. Durch das Drücken auf die Abonnieren-Taste verpasst ihr keine brandheißen Minecraft-News mehr und macht den netten Schleimmi auch sehr glücklich. Kommentiert gerne mal eure Meinung zu diesem neuen Minecraft-Titel und liked noch das Video, wenn es euch gefallen sollte. Vielen, vielen Dank. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an dieses Video hier von mir. Damals haben wir ja offiziell von einem Mitarbeiter aus dem Hause Microsoft erfahren, dass Minecraft tatsächlich insgeheim an zwei mindestens neun Minecraft-Titel arbeitet. Er konnte uns zwar nichts genaueres zum Release-Datum oder allgemein zum Genre oder Darstellung der beiden Spiele sagen. Allerdings vermutete er, dass eins dieser beiden Spiele eher in die 2D-Retro-Richtung gehen wird, wie wir es ja von diesen Instagram-Posts von Minecraft oder sogar von Terraria kennen. Dies wäre an sich zwar cool gewesen, aber ein Terraria-Abklatsch nur mit dem Namen Minecraft drauf wäre vielleicht, glaube ich, nicht so die beste Entscheidung, meiner Meinung nach, wenn man die Entwicklung der anderen Minecraft-Spin-Offs jetzt einfach mal betrachtet. Wir wissen ja alle, Dungeons, also Minecraft-Dungeons, die Spielerzahlen dort, die sinken ja stetig und über den Adventure-Mode und Minecraft-Earth brauchen wir ja gar nicht reden. Obwohl ich wirklich alle drei Titel persönlich sehr cool finde. Ich habe sie alle sehr gerne gespielt. Der Adventure-Mode ist Klassik. Minecraft-Earth war mal was ganz Neues, aber irgendwie zum falschen Zeitpunkt released, würde ich behaupten. Und Minecraft-Dungeons, ach, das ist so auch wieder so eine Sache, in welche Richtung sich das momentan entwickelt, fühle ich jetzt persönlich auch nicht mehr so krass. Aber wenn man Minecraft-Dungeons das erste Mal spielt, ist es auf jeden Fall ein super cooler Titel. Vor allem, wenn man so Dungeon-Crawler feiert. Nun gibt es aber wieder mal extrem spannende Neuigkeiten zu diesem Thema allgemein. Also zum neuen Titel von Minecraft oder neuen Spin-Off von Minecraft. Diese kommt diesmal vom lieben Jeff, ich weiß gar nicht, spricht man das jetzt Gerstmann aus? Ich denke mal nicht, Gerstmann? Gerstmann. Ein amerikanischer Videospiel-Journalist, der ein ehemaliger Redaktionsleiter bei der Gaming-Website Gamespot Sorum und Mitgründer von Giant Bomb war. Von ihm hat man schon in der Vergangenheit etliche News oder auf Brand heiße Gaming-News bekommen. Er ist also auf jeden Fall eine extrem verlässliche und auch sichere Quelle und nicht irgendeiner, der irgendwie Blödsinn erzählt. In einem seiner vielen Livestreams auf Twitch teilte er neben anderen spannenden Gaming-News, wie er das halt immer so macht, auch folgendes zum Thema Minecraft mit. Ich spiele euch jetzt zunächst einfach mal den Clip von ihm selber ab, also wirklich den Rohclip auf Englisch und übersetze bzw. fasse dann anschließend alles für euch zusammen, falls ihr das nicht verstehen solltet. Also in den News gibt es ein neues Minecraft-Game im Entwicklung. Um, und ich weiß nicht, ob das ist etwas, das wird getrennt, um, at Microsoft's event, aber da ist ein neues Minecraft spinoff in den works. Microsoft appears zu be testing it out und putting it out under a codename und all that sort of stuff from the basic descriptions. Und ich habe zu sehen ein paar screenshots von es. It seems like it is a, uh, real-time strategy game, uh, an RTS of sorts. Um, and you're, but the, the difference is you're, you're controlling a, a Steve-esque unit, uh, on the field and ordering your units around in a, in a third person view and you're taking on piglins and they'll have a story and cut scenes and all this other stuff. Uh, the report I saw was that, uh, that a lot of those kind of seemed unfinished. Um, you know, the game's not done, obviously. Hasn't even been announced yet, so. It's far, it seems like it was far enough along, that perhaps it's something that Microsoft will be announcing, uh, sometime over the next week or so here. Er sagt also quasi zusammengefasst, dass auch ein neues Minecraft-Spiel in Entwicklung ist. Er weiß zwar nicht, ob es demnächst schon angekündigt wird oder wann dies überhaupt passieren wird, aber ein weiteres Spin-off des Spiels wird auf jeden Fall erscheinen. Microsoft testet es aktuell in allen Bereichen und er hat sogar einige Bilder davon gesehen. Es soll eher in die Richtung ATS gehen, das bedeutet ganz einfach ein Echtzeit-Strategie-Spiel, wie beispielsweise Age of Empires. Der Unterschied sei nur, dass man selber einen Charakter, in seinem Fall hat er jetzt Steve genannt, ich glaube, das war dann halt einfach die Ro-Version, Beta-Demo-Version, whatever, wo halt Steve einfach war, der seine Einheiten quasi, also seine Armee kontrolliert und dann quasi gegen Piglins und was weiß ich noch für Mobs sozusagen kämpft, also wirklich Armeen gegeneinander antreten. Und das halt in der Third-Person-Sicht sozusagen. Und das alles halt auch noch mit Story und etnischen Cutscenes, hat er gesagt. Er sei zwar noch nicht fertig, wenn er sich die ganzen Reports einfach mal anschaut, es sah eher noch unfinished aus, also wirklich noch nicht fertig, aber es sei so weit, in Anführungsstrichen, um es anzukündigen. Und da sogar ein Microsoft- beziehungsweise Xbox-Event um die Ecke ist, und zwar diesen Sonntag schon, kann es sogar sehr gut möglich sein, dass wir da schon etwas gezeigt bekommen. Da ist ja diese Xbox and Bethesda Showcase-Show, werde ich auf jeden Fall auch hier live auf meinem YouTube-Kanal übertragen. Also wir können da gerne alle zusammen drauf reagieren, diesen Sonntag. Beginnen würde es halt um 19 Uhr am Sonntag. Ich mache meinen Stream, denke ich mal, so um 18.45 Uhr, vielleicht schon um 18.30 Uhr an. Schaltet also gerne rein, wenn ihr da noch nichts vorhabt. Markiert es euch im Kalender, macht euch eine Erinnerung, whatever. Ich denke mal, das könnte auf jeden Fall sehr spannend werden. Und wäre gut möglich, dass wir da was zu sehen bekommen. Zumal einige Developer ja auch diesen Tweet von Xbox so retweetet haben, mit diesen Emojis, mit den Augen, dass da auf jeden Fall irgendwas sein sollte und alle Minecraft-Spieler irgendwie einschalten sollen. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht, dass einfach gar nichts von Minecraft ist. Aber gut möglich, ich schätze mal, so 70, 80 Prozent der Wahrscheinlichkeit, dass da auf jeden Fall was kommen wird. Es ist also zusammengefasst auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ein Minecraft-Spiel im Age of Empire-Style, mit einigen Unterschieden natürlich. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Es werden auch weiterhin noch Developer für das Spiel gesucht. Es ist das gleiche Game Studio, das auch an Minecraft Dungeons gearbeitet hat. Also könnte es auf jeden Fall, weil optisch ist Minecraft Dungeons atemberaubend schön. Also das könnte auf jeden Fall echt cool werden. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Ich freue mich schon sehr auf die ersten Bilder. Wäre das grundsätzlich was für euch oder doch eher weniger? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Das soll es ansonsten auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich würde mich sehr auf eure Meinung freuen oder die würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020